Und die Frage, ob ich einen Waffenschein habe, kommen Sie mal mit, ich zeig Ihnen das mal. Ja. Wollen Sie eine Kokosnuss haben? Oder warten Sie mal, ich gebe Ihnen mal ein Plätzchen. Ja, Sie halten das Plätzchen hoch in die Luft und ich werde ein Loch reinschießen, okay? Äh, weiß ich nicht, wie das will. Sie wollten die Pass... Nee, konntest du nicht. So, nehmen Sie mal das Plätzchen, stellen Sie sich mal da hinten an die Straße und dann, äh, also auf den Bürgersteig da hinten. Nee, so weit kannst du gar nicht schießen. Ja, natürlich. Nee, nee, weiter auf die andere Straßenseite. Ja, weiter, 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 weiter. Ich krieg immer mehr. Hier, 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 hier sollst du, hier sollst du fliegen. Genau, da hinten. So, der, jetzt halten Sie mal bitte den, äh, den Keks in die Luft. Äh, warte. So, Vorsicht, äh, ruhig bleiben jetzt. So, gucken Sie mal, jetzt ist ein Loch im Keks. Daneben? Nee, nee, jetzt holen Sie mal, kommen Sie mal her. Ja, kommen Sie mal wieder her. So, jetzt zeigen Sie dem Herrn mal den Keks. Zeigen Sie dem Herrn mal den Keks. Er hat mich gesagt, ich habe vorbeigeschossen. Das stimmt aber gar nicht. Nein, warte mal. Ich will dem aber den Keks nicht geben. Ich gebe Ihnen gleich einen neuen Keks. Versprochen? Versprochen. So, jetzt schauen Sie mal, ob da, sagen Sie mir, da ein Loch drin ist oder nicht. Oh ja, genau durch die Mitte. Da hat der Herr wirklich getroffen. Sehen Sie? Hat ich doch. Ich will den Keks. Ja, Sie bekommen. Ja, Sie bekommen. Ja, Sie bekommen.